Das ist das schepper als je zuvor. Wir fangen von vorne an. Da war halt nicht euclidische Geometrie, da ist das auch gerade passt. Ja Leute, du wirst noch mal das Video machen. Wir vergessen das. Aufnutzung, Kameras auf. Er hat vergessen. Er hat vergessen. Ich kann die Kamera überhaupt nicht bedienen. Er war's. Okay, er kann die Kamera nicht bedienen. Er war's. Er war's. Er war's. Er war's. Also bevor Schenk kam. Schenk. Also bevor Zepp kam, war die Sonne. Hervorragend, da ist der blauer Himmel. Kaum war er hier. Es ist bewölkt. Es fängt sich jetzt an der Hütte. Weil es haut ja alles ab vor ihnen. Ob das Schafe sind. Elche, Knuts. Oder die Sonne. Oder Elefanten. Beziehungsweise sogar... Ich schlag alles zur Flucht. Ja, diese Saurier würden von Planeten flüchten, wenn sie noch da sein würden. Die würden Raketen bauen und sich nach Planeten suchen. Wahrscheinlich würde auch der... Wahrscheinlich wird auch der große Komet, der diese Saurier gekillt hat, umdrehen. Umdrehen und abhauen. Und auf den Mars anschlagen. Oder den Mars kaputt machen. Oder auch nicht. Weiß man nicht. Vielleicht hat er eher den Mars auch belegt. Aber das ist jetzt am Rande. Wir wollten jetzt über unsere Tour sprechen. Wir suchen jetzt als erstes jemanden... Der Musik... Der Musik machen kann. Möglichst Rockmusik. E-Gitarre. Wo die Post abgeht. Aber eher instrumental. Oder wenn er jemanden kennt. Oder wenn er so jemand sei. Ob man eventuell eure Musik mit... Ob man eure Musik benutzen könne als Hintergrund. Das wäre sehr wichtig. Instrumental wäre halt am besten. Weil wenn wir babbeln und einer dazwischen singt. Ist das so eine Kakophonie. Und dann kommt weder vom Gesang noch von unserem Gebabbel alles komplett an. Sondern alles nur so 50-50. Wichtig ist bei dieser Musik... Es muss wirklich zu Landschaft passen. Wir sagen es nur so viel. Es muss zu Berge passen. Ich sage mal so viel. So was ich mir vorstellen könnte. Googelt mal... Two Steps from Hell. Das wird so ganz gut passen. Ja und es muss auch wirklich zu Landschaft passen. Zu Wasserfelden. Zu Seen. Zu Flüssen. Bisschen zu... Wäldern. Wäldern und Bergen. Und total verlassene Gegenden. Und heute Abend... Ich sage mal mit einem Skypen. Von dem ich noch gar nichts weiß. Du sag mal. Ja. Also heute Abend werden wir mit jemandem skypen. Der interessiert ist. Er ist allerdings kein Longboarder. Er fährt Mountainbike. Ist aber an der Tour interessiert. Es wäre wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Sogar Mountainbiker dabei zu haben. Der kann doch auch fahren. Kann auch fahren. Und was können wir uns hinten dranhängen. Wenn einer mal nicht kann. Das ist eine gute... Ja. Das ist... Und er hat ja auch Platz für Gepäckträger, denke ich mal. Oder sowas ähnliches. Gibt es so... Morgenbiker bauen. Kein Gepäckträger. Nierbikes. Es gibt hier Morgenbikes extra Gepäckträger. Die man nicht... Die man anklemmt. Und die sind relativ gut. Wird angeklemmt. So ähnlich wie bei Motorrad. Und da passt sehr viel rein. Alles schön geguckt. Ist ein Student. Studenten sind faul. Ah ja toll. Danke. Bitte. Ja wie gesagt. Warum wir auch jetzt erstmal kein Glück gemacht haben. Liegt daran. Die ganze Tour. Die Planung. Er schafft. Ich hab Semesterferien. Und wer studiert, der weiß, Semesterferien sind stressiger als Uni. Weil jeder denkt, ach er hat ja frei. Lass mal das mal. Lass mal dein. Ja er muss ja auch lernen. Er muss in den Unterlagen durchgehen. Und fürs nächste Semester muss ja auch vorgelernt werden. Anmelden. Das ist immer eine furchtbare Bürokratie. Genau. Und ja. Man muss sich ja auch vorbereiten. Ich kenn's ja selber von der Physik her. Das ist nicht ganz so einfach. Und letztlich ist es... Ja es ist vielleicht nicht stressiger. Aber man hat definitiv fast weniger Zeit als wenn man Uni hat. Ja. So. Und das zweite Grund ist, da ich hier arbeite. Abend kümmert mich um Sponsoren. Und er macht so eine Lappe. Er macht auch so eine Lappe. Ja, aber das ist bei mir nicht so dramatisch. Dramatisch wie bei dir. Bei mir ist es dramatischer. Ich muss ja so sehr umdenken. Von größeren Fahrzeugen auf kleinere Fahrzeuge. Sehr viel kleinere Fahrzeuge. Sehr viel kleinere Fahrzeuge. Ja. So was passiert nun mal. Und das Problem ist, wir haben aber nicht diese Zeit. Weil ein Video zu machen, braucht seine Zeit. Wir müssen sabbeln. Er muss ja auch noch hoch kommen. Ich wohne ja nicht hier oben im Norden, sondern ich wohne ziemlich in der Mitte von Deutschland. Das ist das gar nicht so einfach. Ja, er muss ja auch hochkommen. Einfach, weil ich immer irgendwie abwendeln muss. Gleichzeitig muss geschnitten werden, gearbeitet werden. Und die Effekte müssen hier auch noch rein, sonst ist es langweilig. Und das Ganze verbraucht exorbitant viel Zeit. Dieses Woche ist er extra hochgekommen für einen Takt, damit wir Videos reproduzieren können. Für die nächsten 14 Tage. Die 14 Tage ist er wieder oben. Ein paar Tage länger. Weil wir noch ein paar Projekte vorhaben. Unter anderem planen wir auch ein neues Format. Darüber wird noch nichts gesagt. Ist aber ganz interessant. Er kennt den Vorspann selber noch nicht. Den zeige ich Ihnen heute Abend. Ich habe ihn, also ich habe nur die Musik gehört. Ich glaube, der Grino Schwarz bei mir kommt. Ja, er hat nur die Musik gehört. Aber er kann keine Videos abspielen. Macht nichts. Was ihr gerade gehört, das war ein Esel. Wo? Ich habe nicht gehört. Ist er gerade gestorben? Nein. Klingt bei dir, als wenn er gerade gestorben wäre. Ich mache das immer so. Oder als wenn er kotzen müsste. Er könnte ja auch gestattet sein. Schöne Esel groß. Also nicht nur so laut. Nein, das ist aber laut. Esel Salamis lautlos. Das stimmt. Das stimmt. Okay, wir sind keine Veganer davon abgesehen. Es muss nicht jeder YouTuber denken mal Veganer sein. Aber trotzdem ist es uns wichtig dafür wissen, wo unser Fleisch herkommt. Wir kaufen es garantiert nicht eingepackt im Supermarkt. Weil das ist Großproduktion und diese Tiere werden garantiert schlecht gehalten. Außerdem hast du das ganze Antibiotika drin. Wenn du mal wirklich Antibiotika brauchst, will ich dann wirklich am Ende nicht mehr, weil die ganzen Bakterien schon ihre Resistenzen entwickelt haben. Ja. Und vor allen Dingen, in dem Punkt gebe ich Veganer recht. Es muss besser umgegangen mit Tieren. Wir müssen wirklich weg von dieser Großlandwirtschaft. Es ging ja bis 1950 in der Kleine Landwirtschaft genauso gut. Jeder Bauer hat 30, 40 Kühe gehabt. Drei, vier Schweine, ein paar Hühner, ein paar Gänze. Und es ging fantastisch. Jeder hat Fleisch gehabt. Das darf aber die Bevölkerungsexplosion nicht vergessen. Ja, aber was Ding? Es könnte ja gemacht werden. Okay, das Fleisch würde ein bisschen teurer werden. Dann würde ein Kilo Fleisch eben vier Euro teurer werden. Ist das so schlimm? Ja, wir leben die Tiere anständig. Und werden wieder auf den Hof geschlachtet. Und nicht eher in einer riesen Schlachterei rein. Nichts wie in einem Dorfschlachterei rein. Also ich muss... Ich hab das ja auf dem Kaff, wo meine Oma und mein Opa gewohnt haben. Ich hab das ja mitgekriegt. Das war Volksfestcharakter, kann man eigentlich sagen fast. Ja. Und man kriegt halt, wenn man mal so einen Schwadermargeser hat, der noch, der sag ich jetzt mal, wirklich monatelang hing und nicht nach zwei Minuten irgendwie direkt im Kühlregal gelandet ist. Weil wenn der so richtig so abbruchbirneartig hat, ist, dann schmeckt der erst. Ja, und vor allen Dingen das wertvollste bei einem Schlachter, einem guten Schlachter, einem guten Metzger, ist nicht das frische Fleisch, sondern das Fleisch, das wochenlang gereizt ist. Wenn man das wirklich so sechs Wochen abhängt, ist das ein fantastisches Fleisch. Und dann kann man wirklich sagen, das ist Qualität. Dieses Tier stand garantiert nicht aus dem Großbetrieb, weil das geht nicht. Weil das Fleisch, das würde wirklich vergammeln, schlagartig vergammeln. Und ich war ja gelernter Koch, bis hin zum Küchenmeister. Und ich weiß, dass es wirklich von kleinen Bauern besser ist, das Fleisch, als von den großen. Und in dem Punkt gebe ich Veganern wirklich Recht. Es muss besser mit Tieren vegan werden. Und Tiere müssen wirklich mehr Rechte haben. Und wenn andere Tiere wirklich verenden lässt in seinen Städten, wie die großen Tierfabriken, es sind keine Bauern mehr, es sind Tierfabriken, ist es für mich wirklich ein Tiermord. Und das müsste wirklich auch hart bestraft werden. Es ist auch ineffektiv, weil zu viele Ressourcen verloren gehen. Ja, vor allem ist es auch eine riesige Quälerei. Es kommt da irgendwelche Leute rein, die gucken sich das nachts an. Sie streben es im Internet. Ich gebe den Leuten vollkommen Recht. Ich gebe diesen Veganern, die das wirklich machen. Vollkommen Recht. Es gehört sich nicht. Und... Aber du hast eine Landwirtschaftslobby hier. Du hast dieses Land für alles ein Lobby. Ja, leider. Deswegen gibt es auch keine Elektroautos. Und deswegen sind die Radwege irgendwas zwischen Selbstmordanleitung und Trampelfahrt. Aber nochmal zurück und zur Tour. Wir wollen euch verraten, wo es hingeht. Auch mit dem wir heute streamen. Es ist ein YouTuber. Den ihr vielleicht auch kennt. Es ist kein ganz großer YouTuber. Es ist einer, der wirklich gute Das Place macht. Mit Kruseleffekt. Die sind wirklich, wirklich gut. Namen wird noch nicht verraten. Ich denke mal, er wird dazu auch nochmal einen Stream machen. Wenn das klappt heute Abend und die Chemie klappt. Bisher hat sie geklappt. Aber da bin ich zuversichtlich. Ich auch. Wie gesagt, es sind Mountainbiker. Es ist gar nicht mal so verkehrt. Und ich bin ja auch und ich habe ja so busy auch. Und wie gesagt, er ist sehr sympathisch. Und wenn die Chemie klappt, dann haben wir sogar zwei Leute. Ich glaube nicht, dass es mit dem Internen was gehört. Er hat sich nicht mal bemeldet. Ne, also der ist irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Wir könnten ihn ja mal kurz versuchen anzuschreiben heute Abend. Ja, heute Nacht. Aber ich bin eher skeptisch, dass er nicht das Geld zusammen bekommt. Wahrscheinlich nicht. Ne, lass ich sagen. Es ist auch, es ist bei ihnen auch Problem mit der Versicherung. Die meisten haben weder Krankenversicherung noch irgendwelche Versicherung. Sie kriegen sie einfach nicht. Amis haben keine Krankenversicherung. Ja, aber sie kriegen sie ja gar nicht erst. Die meisten Amis auch nicht. Ne. Und wie gesagt, er müsste ja auch eine Auslands-Krankversicherung haben. Das ist so teuer in den Staaten, dass es durchgehen. Und ich finde, was passiert. Und er müsste wirklich mit dem Heli irgendwo hingeflogen werden. Das sind Kosten, die sind immens. Die kann er einfach nicht tragen. Zumindest ein positives. Die Abschaffung von Obamacare ist gescheitert. Also vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren ein bisschen ins Positive verändern. Das wäre sehr schön. Mit den renten Kosten und der absolut lebensfremden Zuteilung von Krankenversicherungen, wie sie momentan in den Staaten abläuft. Ich sehe da hinten gerade auf dem Deich ein paar Longborder. Einen. Einen. Ab, wenn wir da mal hingehen. Können wir machen. Lass uns mal bewegen. Ich friege mir den Arsch ab, wenn ich die ganze Zeit hier umsitze. Er friegt sich jetzt gerade den Hintern ab. Und wir gehen jetzt ein paar Longborder besuchen. Diese drei kleinen Punkte, siehe feil, sind die Longborder. Was ist das nicht gluten33 und schuldig. любige Falt Studies wurde jeweils einiger Mensch! Wir wollen A posahe Scheinräume auf die Ballade setzt. Aber ich würde mir schnauzegyern. Aber ihr seid inne, jumps. Auch ist die Kraft. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020